hallo und herzlich willkommen bei money ja wir testen mal den styracosaurus und mit dem styracosaurus testen wir dann auch natürlich das neue kollisionsmodell das uns so versprochen wurde so wir uns mal einen charakter erstellt hier und sagen jetzt welt betreten und immer gespannt auf die kollision weil man soll ja nicht mehr so wirklich da liegen wir einfach da okay wir stehen mal auf es regnet gerade wir schauen uns als allererstes mal die calls an vom styraco das müssen wir das müssen wir vielleicht irgendwie ein bisschen lauter stellen oder ja tun so machen wir noch mal okay wo ist der zweier call das ist süß okay dreier call auch nicht schlecht vierer call fünf einfach so ein schütteln okay der dreier call gefällt mir so am besten so mit dem kopf schütteln und sowas das ist schon das ist schon cool so gucken wir mal hat er hat er eine schwimmanimation tatsache wie so ein hündchen ist ein hündchen kann der kann der tauchen nein guckt euch an ich kann mit dem tauchen und komme ich auch wieder hoch ich komme bestimmt irgendwie wieder hoch aber ja wir können wir können tauchen da ist ein kollege von mir wir schauen noch mal da kommen wir haben jetzt auch so eine sauerstoff anzeige dafür unterwasser aber ja wir können wie tauche ich wieder auf oh gott okay bevor wir bevor wir sterben okay schwimmanimation ist da tauchen können wir sehr gut wie schaut es jetzt aus ja mit dem hinlegen hinlegen kann er schlafen oh wie putzig der gant der gant er macht sogar die äukelchen zu nice okay wir aufstehen okay achso ein f-call hat er noch ein f-call f-call haben wir gar nicht probiert jetzt setze ich wieder hin okay steh auf ja f-call hat er auch wunderbar äh oh oh was was ist das ey guckt es euch an der kann der kann in die sag mal habe ich habe ich noch nie gesehen der kann in die hocke gehen der kann in die hocke gehen guckt es euch an hier kommt musik rein was ist da los okay probieren wir bei ihm mal aus können wir durch ihn durchlaufen nein nein geht nicht okay also kollisionsmodell funktioniert auch hier beim kopf nicht beim schwanz nicht okay das funktioniert wie schaut es aus mit bäumen okay ja gut okay man ein bisschen ein bisschen kommt man durch ne aber man ist da nicht mehr so in die bäume rein und hier die kollision vom schwanz ist auch ah jetzt packen wir gerade ein bisschen rum aber wir sehen der schwanz der gleitet so ein bisschen vom baum ab ja ist halt ist halt doof es gibt noch keine europäischen server deswegen haben wir hier als lecks das ein bisschen doof aber ja 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 aber wir sehen wir sehen kollision ist da der schwanz knickt so ein bisschen ab und das passt das sieht das sieht gut aus also das ist echt in ordnung leute also das haben sie das haben sie das haben sich gut hinbekommen und auch hier nochmal wir kommen okay das ist jetzt wahrscheinlich mit den lecks geschuldet aber wir kommen nicht so wirklich in ja also wir können nicht durchlaufen das ist das ist sehr gut gut steps hat der kollege jetzt noch nicht so wie es ausschaut oder ich sehe überall irgendwie gut selbst oder das sind kleine pflanzen das sind kleine pflanzen okay footsteps hat er noch nicht und ja was ein bisschen stört ist ich finde die die lebensanzeige wasseranzeige und sowas die stört hier irgendwie so ein bisschen ich hoffe das machen die zum release noch packen die das auf die rechte oder linke seite oder sowas oder rechte seite linke seite ist ja der chat weil so fühlt es sich so ein bisschen stören dann was sind eigentlich hier dieser dieser rote tyranno guck mal ist ein cooldown diese cooldown anzeige für den nächsten angriff okay alle drei sekunden kann ich einmal zuschlagen das gibt dem ganzen noch mal so ein bisschen taktik rein im kampf nur wenn ich nicht die ganze zeit zuschlagen kann das ist das ist natürlich cool okay so was können wir fressen diesen busch können wir fressen wir probieren es mal oh ja tatsache oder geht es gut aber schnell hoch da kommt weiß noch mal weiß noch mal zu ja gerade beim fress tempel na ist dann probieren wir auch gleich noch mal die trinkfunktion aus das ist cool aber was wir ein bisschen stört leute ihr seht dieses dieses grüne zeug auf auf dem wasser da wäre es halt einfach mega cool wenn das ist noch so mit bewegen würde mit dieser mit dieser wasseroberfläche die der styracosaurus da so erzeugt also mit den wellen quasi vom styraco erzeugt werden das wird einfach noch mal mega cool aussehen ihr habt ihr bestimmt schon mal in einem video von animalia von mir gesehen da ist das schon so also in der demo von animalia dass das survival game mit den tieren von afrika da ist das schon so dass ich da das grüne zeug mit bewegt mit den wellen bewegung ja also zu guter letzt schauen wir uns noch mal ganz kurz das model an und das model leute also die dinosaurier hier die sind alle sehr 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 schön sehr detailliert ich finde sie sehen auch sehr realistisch aus und ja auch diesen styracosaurus gibt es auch noch mal drei verschiedenen varianten wir zeigen die noch mal kurz den ich zeig es euch noch mal ja styracosaurus den gibt es als albertensis den gibt es als dekornus dekornus und als spinacaudis dazu der zu komische haare auf dem rücken deswegen haare auf dem rücken albertensis dekornus die unterscheiden sich nicht nicht wesentlich nur ein gut kleineres vorn sie getrunken und dann halt der hier dann halt er ja gut aber leute styracosaurus gut gelungen kollisionsmodell ist auch da bin ich zufrieden mit wie schaut es bei euch aus freut ihr schon auf pass of titans im september soll es ja soweit sein lasst mir doch mal einen kommentar da wenn ihr wenn ihr mich noch nicht abonniert habt dann macht das doch auch gleich mit also wir sehen uns beim nächsten video ciao ciao euer manny